Das ist ein Babybum. Papa kocht Erbsen, die kleinen runden Süßen. Magst du ein paar Erbsen, so ein Leckerbissen? Nein, 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 das wollen wir nicht essen. Nein, 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 wollen andere Leckerbissen. Na komm und probier eins, such dir nur eins aus. Vielleicht ist ja Gemüse auch ein leckerer Schmaus. Ja, 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 das mag ich essen. Ja, 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 so ein Leckerbissen. Magst du mehr Gemüse vom Teller essen? Glaubst du, das Gemüse ist ein Leckerbissen? Ja, 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 wir mögen Gemüse. Ja, 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 leckeres Gemüse. Ja, 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 wir lieben Gemüse. Ja, 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 leckeres Gemüse.